Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern, ob man bereit ist oder nicht. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte, aber es war die, in der ich leben musste. Aber dieses Mal bin ich bereit, denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Sons handelt. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Super-Mutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Das ist doch lächerlich. Ich will die Wahrheit, McDonner. Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Du bist ein Mann ohne Zeit. Aber nicht alles ist verloren. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Also wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dort hin? Du hast dir nicht aufgepasst. Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Los geht's. Das Institut, das Institut. Das Institut, das Institut. Das Institut, das Institut, das Institut.